Wer bist du? Wer bist du? Wer seid ihr denn? Okay, also was ist hier eigentlich... Au! Ich glaube, wir wurden an das Spiel gesaugt. Ach du Schein! Oh mein Gott. Fridge? Ja, ich bin Fridge. Wer bist du? Ich bin Spencer. Martha? Ja. Und jetzt sind wir zu unseren Avatarin geworden. Das bedeutet... Bethany? Nein! Ich bin ein übergewichtiger alter Mann. In Wirklichkeit ist das hier gar nicht möglich. Leute, wie kommen wir nach Hause? Das ist ein Videospiel. Das heißt, wir haben alle bestimmte Fähigkeiten. Stärken? Beeindruckende Intensität. Verdammt, das ist mal ein richtiger Mann. Ich hasse dieses Spiel. Los Leute, lauft weg! Wenn wir in Jumanji festhängen... Nein, nein, nein! Könnten wir alle sterben? Ich muss Sie warnen. Ich glaube, ich habe einen starken Punch. Das ist ja sowas von irre. Nein! 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 Pass auf, dass ich deinen neuen Körper keine verpasse! Na dann versuch's doch! Was zum Teufel?